Musik Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Es gibt Neuigkeiten. Harry Dean Stanton's neuer Film kommt in die Kinos. Der Trailer ist on air. Und zwar von dem neuen Film Lucky. Harry Dean Stanton wird am 14. Juli jetzt, 1991, und da sende ich ihm natürlich auch wieder eine Karte nach Amerika. Er wird sich sehr freuen, hoffe ich. Und ich habe mich natürlich immer über die schönen Autogramme gefreut. Das ist das Beste, was ich bekommen habe. Auch von meiner Freundin von der Magisch, was er mir zum Geburtstag geschickt hat. Unterschrieben, signiert mit einem schönen Spruch. Harry Dean Stanton. Wir gucken uns gleich den Trailer mal an. Ich hoffe, euch gefällt es. Mich hat es sehr begeistert. Wonderful. Harry Dean Stanton. Best wishes. All the best. With the new movie. Lucky. David Lynch is also in it. David Lynch ist dabei. Ja, sehr, sehr schönes Filmchen. Den müssen wir uns angucken. Ich freue mich auch schon, wenn er auf DVD und im Kino ist. Bis dann. Hallo, ich grüße euch und wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Schön, dass ihr wieder mit mir da seid. Willkommen zurück. Hildebrandt, GER. Ja, wie ihr seht, Harry Dean Stanton wird 91. Die Karte ist auf dem Weg. Ich hoffe, sie kommt rechtzeitig. Später ist auch gut. Alles Gute für Harry Dean Stanton schon mal jetzt mit dem neuen Film. Ja, den Trailer kann ich leider nicht reinstellen. Höhlenurheberrecht und so weiter. Aber die schöne Tasse ist ja hier. Die wird immer benutzt. Coffee, coffee, coffee. Und ich zeige euch noch was. Die Kätzchen haben ein neues Versteck. Wir haben einen Teppich in die Ecke gestellt, zusammengerollt. Was machen die Katzen? Turnen überall drauf rum und haben es somit umgeschmissen und geschafft, in den Teppich zu krabbeln. Schlaue Tiere, Höhlenbauer. Hey, nicht hauen. Aua. Aua. Lilly. Hallo, Maus. Aua. 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 Uh. Naja, so sind die Katzen. Arbeit ist immer da. Morgen geht es auch wieder los. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Ich habe mir gerade hier einen neuen Virenschutz runtergeladen. Ah, was. Gratis Virenschutz von Asus Giftbox. Mal gespannt, wie der ist. Wenn nicht, deinstalliere ich den wieder. Weil, es sind ja viele dabei, die nicht wirklich was taugen. Aber ich hoffe mal, der tut's. Mein Alter ist abgelaufen. Somit brauche ich einen neuen. Versuch ist es wert. Ja, ich hoffe mal, euch gefällt der Film genauso gut. Sagt mir, was er davon haltet. Harry, den Stanton, kriegt auf jeden Fall die Geburtstagskarte. Und ich wünsche euch alles Gute. Und bis morgen. Kommentare, gerne willkommen. Liked's. Subscribet mich. Lasst ein Abo da. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020